So, Freedom Level 2. Quatsch, Freedom 2 Level 10. So, wird ein Schuh draus. Okay. Das bekannte Level aus Hell on Earth. Das ist ein Schuh. Bist du? Halleluja, was kann ich mir da? Wow! So. Ich weiß ja gar nicht, wo du zuerst lang gehen sollst. So. 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 Ich habe keine Ahnung. 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 Oh. Ich habe keine Ahnung. 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 Ach du, Kacke! Boah, Alter, erst hab ich jetzt? Leck mich! Boah, Alter, kann man so daneben schießen? Ich hab doch nicht nur drauf gezielt! Okay, lassen wir die erst mal links liegen, genau wie die anderen links liegen lassen. Damit haben wir zwei links liegen und die manchmal der rechte liegt. Passt doch. Oh Leute! Mann, ey, ernsthaft jetzt? Das geht doch wieder hier. Das ist mir ja gar nichts. Oh, fachofia. Ah, die noch leidigert mal. Wow, er hat da... Okay. Was ist das? Oh. Ich hoffe, die mir echt wichtigere Frage ist, wo muss ich jetzt kurz hin? Ich muss jetzt mal in die Richtung hier. Ach so, ja genau, da wo die Eckart auf waren. Na gut, auch wenn ich kriege. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah! Das ist doch ein Secret! Problem ist nur, dass ich immer wieder ganz am Anfang muss ich wieder den ganzen Weg lang klopfen Oh Gott, Alter Hier haben wir auch noch eine Blubber, was stimmt Vielleicht sollten wir nur eine von den beiden einen Kiefer nehmen Oh! Ich bin ja wieder hier Achso, ich muss nach oben Ich muss schon wieder Äh, ich muss nach oben Da muss ich, genau Wow, wow Alles gut So, jetzt in die blau-rote Tür rein Habe ich die schon? Oh ja, habe ich schon Okay Okay Oh Und Oh 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 Oh, das ist schon wieder. Ja. Tja, ich setze. Ach so, Kacke. Ist ja schon wieder Bumpi. Oh Mann. Ausweichen, weil Kacke nicht so krank drinne. Oh Mann. Aufweichen, weil Kacke nicht so krank drinne, gell? Yellow Flee, oder das war dann fast zu lang. Und dann schon. Hä? Was sollte er jetzt nicht machen? Ach so, ich geh jetzt noch weiter. Okay, wow. Nur nicht zum Schneide. Oh wow. Ach so, Kacke. Oh nein. Hey, warte. Ich hab diese Spectre. Äh, nicht Spectre, sondern hier. Äh, äh, äh. So ist das schon etwas besser in Ordnung. Okay. Ich hab diese Kontrolle. Hallo? Das ist das. Danke. Hm. Ach so, ich bin hier. Ach so, ich bin hier. Ach so, ich bin hier. Ach so. Ach so, ich bin hier. Ach so, ich bin hier. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Digger, der war grad 50 Meter von mir entfernt. Wie kann der mich beißen? Oh, fuck. Was ist das Ding denn? Was ist das Ding, komm ich da oben? Achso, ich muss hier wieder rein. Sag das doch gleich. Hä? Ne, die Tür. Ach klar! Die Tür. Die Tür. Was? Das war doch dieser herzliche Lava-Raum, oder? Ach ja, das hier. Das war doch. Ja. Der ist alles. Der ist alles. Okay, hätte ich mir wieder gesund fliegen lassen hier. Ich hätte auch es definitiv flüssig, glaube ich. Manchmal suchen gehen. Vielleicht finde ich der mal einigermaßen schnell. Man muss nur beten. Sooo. Halt du jetzt da? Ich bin aber gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Okay, das ging doch. Das war doch keinmal so schlecht hier. Oh Gott, werde ich wieder erschossen hier. Der untertrifft bitte mal der Dieb. Okay, gut. Das... Das war Level 10. Äh, jo. Gut. Genau. Halt also den Abmau. Den wieder Let's Play von... Mein Test. Ja. Genau. Du schau mir vor. Lieber, du... Gott. Ja.